Willkommen, liebe Modell- und Eisenbahnfreunde, zu einer neuen Ausgabe von Freitalk. In der vergangenen Woche machte wir Internet eine Meldung die Runde, das Projekt Einzug für Mitteldeutschland sei ins Stocken geraten, das Geld wäre ausgegangen und es stünde ja schon fast vor dem Aus. Also ich gebe zu, es hat mich auch etwas erschrocken gemacht, denn alle, die dieses Projekt verfolgen, waren bisher frohen Mutes. Und da tauchte wie aus dem Nichts diese ominöse Meldung auf. Also habe ich die Gelegenheit am Schopfe gepackt, denn bei den Schwarzenberger Eisenbahntagen letzte Woche waren Vertreter dieses Projektes vor Ort. Ja und mit Dietmar Röder bin ich ins Gespräch gekommen. Hier also die neuesten und verbindlichen Infos zum Stand Einzug für Mitteldeutschland. Aus erster Hand. So, ich spreche jetzt mit Dietmar Röder und Dietmar arbeitet an dem Projekt Einzug für Mitteldeutschland. Und da gab es ja in der vergangenen Woche oder in den letzten Tagen, sage ich mal, ja so ganz komische Meldungen bis hin zur Feststellung mancher Eisenbahnfreunde, das Objekt ist gestorben. Dietmar, was ist dran? Das stimmt so nicht. Es stimmt, dass wir unser Projekt finanzieren über Fördermittel, Eigenleistung und Spenden, Fans und Freunde der Eisenbahn. Natürlich hat dieses Projekt, was wir uns vorgenommen haben, auch Ecken und Kanten. Wir können nicht von vornherein sagen, was brauchen wir für Fördermittel, was brauchen wir für Geld für die Aufarbeitung dieses Zuges. Und es ist jetzt in letzter Zeit durch die Arbeiten in Halverstadt an den Fahrzeugen festgestellt worden, dass mehr Aufwand ist, zum Beispiel im Stahlbau, Klemmerarbeiten, dass auch die Kühlanlagen der Motoren, der 12-KVD, total unbrauchbar sind und neu hergestellt werden müssen. Und diese Mittel, die wir da dazu noch benötigen, sind zusätzliche Kosten ungefähr in Höhe von 10, 15 Prozent, die wir jetzt noch aufbringen müssen. Aber durch unseren Geschäftsführer Herrn Lieb, der sehr genau aufs Geld schaut und auch Wege und Mittel findet, um diese Mittel noch zu beschaffen, denke ich, gibt es keine Schwierigkeiten, dass wir unser Ziel, diesen Zug, man kann jetzt nicht sagen, Ende des Jahres oder Anfang nächstes Jahr so auf die Schiene zu bringen, dass wir das auf alle Fälle schaffen. So, wir blenden jetzt auch gerade das Spendenkonto ein, denn wir wollen es nicht versäumen, auch an dieser Stelle alle Eisenbahnfreunde und Fans aus Nah und Fern sozusagen aufzurufen, mitzuhelfen, dass dieser Zug für Mitteldeutschland auf die Schiene kommt. Mal eine andere Frage, was war das für ein Gefühl vor ein paar Jahren, als ihr den Zug in Lichtenfels abgeholt habt? Also ich war damals persönlich nicht mit dabei, aber wenn man die Bilder sieht oder wenn ich mit den Kollegen spreche, die damals mit dabei waren, war es erstmal ein Gefühl, was kaum zu erwarten war und die Idee erstmal diesen Zug wieder fahrbereit zu machen, zu verwirklichen, hat damals noch nie jemand richtig geglaubt oder wir hatten, die hatten die Idee und hatten versucht, aber keiner hatte bis jetzt bis dahin auch eine Lösung gehabt. Es wurde dazu nach Dresden gebracht und die GGMBH gebildet und es fanden sich viele Leute, ehemalige Eisenbahner Interessenten, die sich sofort bereit erklärt haben, da mitzuarbeiten. Alles ehrenamtlich, wir treffen uns im Monat einmal in Dresden oder jetzt auch viele Stunden in Halberstadt oder in Birnau, überall wo unsere Teile aufgearbeitet waren, um ehrenamtlich mitzuwirken, diesen Zug wieder zum Fahren zu bringen. Wie viele Unternehmen sind denn deiner Schätzung nach beteiligt an der Aufarbeitung dieses Zuges? Ach, das sind so viele Firmen, ich möchte hier erstmal Halberstadt benennen, die uns die Klammerarbeiten machen, wo wir auch die Möglichkeit hatten, das Antriebschassis hochzuheben mit Traversen, um das Antriebsdrehgestell aus dem Fahrzeug auszufahren, denn der Motor und Getriebe kann nur abgebaut werden, wenn das Drehgestell ausgearbeitet ist. Dann ist die Firma ITL in Birna, die uns die Motoren aufarbeitet, dann ist Neustrelitz, die uns die Drehgestelle, die Antriebsdrehgestelle aufarbeitet. Dann ist eine Firma in Ungarn, die uns die Rolldrehgestelle aufarbeitet. Das sind so viele Firmen, wenn zum Beispiel auch jetzt Feuth, die Firma Feuth in Heidenheim. Wir haben drei Getriebe, eins ist zerlegt in Chemnitz und zwei haben wir jetzt bei Feuth in Heidenheim. Dort werde ich am 15. Juni hinfahren. Dort werden wir die Getriebe auf dem Prüfstand prüfen, in welchem Zustand die sind. Und das sind auch noch die Probleme, die wir haben, weil wir nicht wissen, in welchem Zustand die sind. Was müssen wir noch investieren, um die Getriebe aufzuarbeiten? Nun ist das ja ein Görlitzer Zug. Ja. Und ich oute mich auch jetzt gegenüber den Zuschauern. Ich bin ja auch ein gebürtiger Görlitzer und ich habe als kleiner Stöpsel, möchte ich mal sagen, einen dieser Züge aus Werk 1 rausrollen sehen zum Werk 2 im Görlitzer Waggonbau. Wie groß ist denn jetzt die Unterstützung von Seiten des Waggonbau Görlitz? Also, wir haben über Spenden vom Waggonbau oder wir hatten auch eine Präsentation mit den Görlitz gemacht vor anderthalben Jahren. Dort war von Seiten des Betriebsrates vom Werk Görlitz großes Interesse. Und die haben uns auch finanziell unterstützt. Und auch wenn es Arbeiten gibt, können wir uns das Werk Görlitz noch machen können. Zumal ja auch die Baupläne wahrscheinlich noch da waren. Ja. Wie geht die jetzt fast schon endlose Geschichte weiter? Also, du hattest was von einem Termin gesagt, Ende des Jahres, Anfang nächsten Jahres. Wenn es denn soweit ist, wie wird dieser Tag begangen werden? Außer dem Jubelschrei. Das haben wir uns noch keine großen Gedanken drüber gemacht. Wir wollen jetzt erst einmal die Fahrzeuge so weit bringen, dass wir sie von Halberstadt wieder nach Dresden überführen können und dort diesen Tuch zusammenstellen. Und ich denke, dass wir auch über Medien und über die Presse uns rechtzeitig Bescheid geben, wenn wir ein Produkt, ein Ergebnis präsentieren können und dann auch vielleicht schon in der Termin nennen können, wo wir den Zug als erste Fahrt, Jungfernfahrt wieder auf die Schiene bringen. Muss er dann auch in der kompletten Länge sein? Es war ja auch mal so ein Gespräch, dass ein Wagen fehlen wird. Wir haben jetzt noch einen Wagen von Chemnitz nach Dresden gebracht, den wir noch aufarbeiten. Aber wir versuchen jetzt erst einmal in einer Vierer-Einheit oder Fünfer-Einheit, müssen wir es sehen, den Zug auf die Schiene zu bringen. Ja, dann habe ich mal gelesen, als der Zug damals auf der Schiene rollte, das Flaggschiff der Deutschen Reichsbahn. Die Lokführer hatten besonderen Namen und die Zugbetreuer oder die Zugbegleiter hießen ja auch Stewardessen eigentlich. Wird es das wieder geben unter den alten Uniformen? Ach so. Ob es das wieder geben wird? Wir versuchen alles so originalgetreu, wie es war, herzustellen. Ob das die Tassen sind, ob das die Fenstervorhänge sind. Da haben wir auch eine Firma, die uns das neue webt. Aber ob die alte Uniform, wenn die vorhanden ist, natürlich können sie genutzt werden. Aber es ist trotzdem ein Problem, dann auch Leute zu finden, die den Zug fahren können, also Lokführer. Und dann brauchen wir ja auch Personal, die die Fahrten begleiten und die Reisenden betreuen. Das ist ja nicht bloß das Problem, jetzt den Zug zu bauen, fertigzustellen. Wir müssen uns dann auch Gedanken machen, wie wir den Zug unterhalten und anbieten können. Da habe ich jetzt einen ganz großartigen Gedanken. Wenn Ihr Lokführer sucht, ich wollte mal einer werden. Vielleicht kann ich ja noch auf den SVD umschulen. Nein, war jetzt ein Spaß. Ich habe ja mal gehört, die Lokführer auf SVD, die haben sich so gefühlt wie die Piloten in den Flugzeugen. Die wären was Besonderes gewesen. Vielleicht bekommen wir wieder besondere Lokführer, die Interesse haben, den Zug wieder mal zu fahren. Genau. Ich möchte mich noch einmal ganz herzlich bei den Organisatoren von dem Eisenbahnfest hier in Schwarzenberg bedanken für die Einladung, dass wir mit hier sein konnten. Denn es ist für uns auch wichtig, dass wir nicht unsere Tätigkeit bloß in den Werkstatt machen. Wir wollen uns auch zeigen vor den Interessenten und vor unseren Freunden, vor dem Publikum, was wir vorhaben. Und dass sowas gut rüberkommt, das sieht man auch an unserer Spendenbox, die reichlich gefüllt ist. Denn wir sind auch abhängig von den Spenden von den interessierten Leuten, um das Projekt zum Erfolg zu bringen. Dafür nochmal recht vielen Dank. Und da drücke ich euch natürlich für den Rest des Jahres, muss man sagen, viel Erfolg, dass es wirklich fleißig weitergeht. Und ich werde dann auch gleich die Spendenbox bedienen. Das liegt mir am Herzen, dass der Görlitzer, ein Görlitzer sagt, ein Görlitzer muss auf der Schiene wieder fahren. Das liegt mir ebenfalls am Herzen. Ich bedanke mich ganz herzlich für das Gespräch bei dir. Und da glaube ich, dass wir da den Zuschauern und auch den vielen Eisenbahnfans jetzt einen aktuellen Überblick und Stand gegeben haben und wollten eigentlich nur mal auch diese Gerüchte aus der Welt schaffen. Ja, das ist uns auch sehr wichtig gewesen. Denn ich hatte auch Bedenken, wenn die Leute so einen Artikel lesen und wir dann hier uns präsentieren und fragen, ob sie spenden. Und die sagen dann, was ist denn überhaupt mit diesem Projekt? Hat das noch Zukunft? Schafft ihr das noch? Wenn wir das nicht schaffen würden, würden wir sagen, das machen wir auch nicht. Wir bedanken uns für Spenden und es geht weiter und wir werden den Zug auf die Schiene bringen. Dein Wort in Gottes Gehörgang, beziehungsweise in SVT Gehörgang. Danke. Ich glaube, jetzt kann man ganz ehrlich mal sagen, wir schaffen das. Wir schaffen das. Danke. So, nun wissen Sie also Bescheid. An diesem Gerücht ist und war nichts dran. Das Projekt ist nicht gefährdet und wird auch zum Happy End gebracht. Freuen wir uns also darauf, wenn diese einzigartige SVT Bauart Görlitz, das Prestigeobjekt der Deutschen Reichsbahn, wieder auf der Schiene unterwegs sein wird. Den Namen ICE der DDR, wie man ihn auch schon oft bezeichnet hat, muss ich mal dazu sagen, ist einfach falsch und abzulehnen. So, wenn es wieder Neuigkeiten gibt, erfahren Sie es bei uns als Erster. Ich bleibe mit Dietmar Röder in Kontakt. Versprochen. Denn nichts ist schlimmer, als haltlosen Gerüchten auf dem Leim zu gehen. In diesem Sinne vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal auf gleicher Welle und Kanal. Ihr Frank Buttig. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.